Ich spiele Clash Royale schon seit 6 Jahren. Und es macht mir Spaß auch wenn die Updates manchmal nicht gut sind. Kommen immer wieder echt gute Updates. Schmutz. Nur es wird er mehr wie an Fortnite. Ich hasse das Game. Schmutziges Idioten Game. Extremes Cheaterspiel. Keine Balance. Unausgeglichen. Extrem Chiaty Freiheit. Zerstöre Tom von Gegner. Plötzlich keine Netzwerkverbindung. Nach einiger Zeit wieder Verbindung und zwei Türme von mir zerstört. Noch offensichtlicher geht es ja kaum. Prinzipiell ab 5300 nur noch Niederlagen. Ich werde dieses Spiel nach Jahren spielen jetzt deinstallieren. Jeden blöden Kampf verliert man, ohne Geld zu investieren wird's schwer. Also leider nur 1 Stern. Endet das dann gibt es auch mehr Sterne. Bei jedem Event verliert man auch bloß hat der Gegner ein Deck mit mehr Elixier und du mit weniger Elixier. Gewinn komischerweise immer der Gegner. Einfach schade. Hab jahrelang das Spiel gespielt, aber leider wird's von Mal zu Mal unspielbar. Hehehehe.